Willkommen zur letzten Folge dieser Minisession Minecraft. Also wir machen jetzt hier weiter in unserer letzten Arena. Wir sind ein bisschen merkwürdig, aber noch gut. Wir sind ein bisschen merkwürdig, aber wir sind ein bisschen merkwürdig. Wir haben hier auf jeden Fall noch genug zu tun. Ich weiß gar nicht, wo ich auskomme. Zuerst Wetter machen sie aber momentan, wie gesagt. Ich höre hin, aber ich habe keine Ahnung, wo es ist. Wahrscheinlich unter uns. Das ist auch schon wieder scheiße. Ah, da hinten. Die Frage ist ja, wenn es auch schon hier wieder einen Wassereinbruch gibt, ob es denn nicht wirklich Sinn macht. Von oben die Erde da auch noch weg zu klatschen. Hier scheint es ja auch gleich wieder Wasser zu sein. Das ist ja, da hinten. Das ist ja, da hinten. Das ist ja, da hinten. Wo ich bin. Ich habe mich erschrocken. Dieser doofen Wasserzombies. ich frage mich sterben die an land und was für tag sehr gut schon cool wenn man die fische so lange schwimmen sieht jetzt würde ein aquarium eigentlich nicht mehr sinn machen wir sind zwar glaube ich auch nicht immer da aber wäre cool ok ein hofen sand brauche ich also wieder was wir zu gelass schmelzen damit wir hier mit der dicke weiterkommen so schippen sind alle alle dann mache ich ziemlich spitzackel geburt dann gehen wir erstmal wieder runterziehen zu truhe machen ein paar neue schippen und dann komme ich aber erst mal raus also von oben das ganze an zweieinhalb wochen hoch gewaltig dann kommt da 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 Theoretisch könnte ich gleich ein paar Zähne machen hier. So, 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 ich glaube fast, das könnte ich voll machen, oder? Danke. Habe ich Mobkram? Nee, nicht wirklich, aber dann damit. So, wie komme ich am besten raus? Oh, also hier ist Einbruch. Hier ist Einbruch, warum auch immer das hier wieder so schmal ist, aber theoretisch, ich sag mal, so an der Ufernähe könnte man das durchziehen. So, dass man die Erde komplett wegnimmt. So. Ich kann da nichts für, wenn die alle da rein schwimmen. Alter. Gut. Gut. Zwei Stück machen wir noch. Wieso macht er das denn nicht mehr? Ja. Ja. Ich will. Ich bin einblasen. Bauer. Ich bin einblasen. Du bist fürchten, wenn nicht immer. Ich weiß. Ich bin einblasen. Und da bin ich Não ist nicht da. Ich bin einblasen. Und jetzt wenn ich die nächste Aktion habe. Ich bin einblasen. so und hier muss ich ja eigentlich noch über 1 höher das ist ja die deckenebene die welt gerade aus, ah hier kriegen wir die ohrs, ok gut dann hole ich mir jetzt erstmal noch den sand, den ich jetzt ein bisschen schon mal habe so, da hinten der Ecke weiß ich noch nicht wie ich es handhabe, deswegen lasse ich den Sand noch da oh ist das eh gehört, ich will doch Wusterhof, verdammte Dirk, kack, geh und tschüss da ist auch noch Sand, das ist ein scheiß Mob der kommt auch nicht nach ok, das haben wir hier soweit, hier müssen wir noch weitermachen ok ok so okay so 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 Soooo haben wir unten was rumliegen weg 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 okay dann würde ich sagen machen wir an dieser stelle das aufnahmepäuße und ich versuche hier auf screen noch ein bisschen was zu reißen spitze oder gemisch